Hallo und willkommen zu meinem Doll-Review, diesmal mit Neferra Denier. Ich muss zugeben, ich habe ihre Schwester bisher noch nicht gekauft, weil mir keine Version richtig gefallen hat, aber auf sie hatte ich mich richtig, richtig gefreut. Ihr Make-up ist natürlich enorm ägyptisch gemacht. Sie hat mehr Türkis-Farben, insbläuliche Farben. Ihr Outfit ist natürlich wie ihre Schwester angelehnt an den Mumien und den Bändern, die um sie gewickelt wurden. Ihre Tasche mit einer Schlange. Sie hat als Haustier einen, wie heißen sie, Skarabios dabei. Sie trägt einen sehr schönen Ring, auch wieder in der Farbe eher ins türkis-bläuliche. Sie ist größer wie die normalen Monster-Hydolls, weil sie auch die ältere Schwester ist. Ihre Schuhe sind auch natürlich hinten mit einer Schlange. Die Farben natürlich Gold, königlich, rot, blau. Sie ist ja auch eine Prinzessin von dem her. Darf sie das ja wohl haben. Ihr doch sehr großer Gürtel ist auch wieder sehr schön gemacht worden. Das ganze Outfit liebe ich. Die Kette auch mit Schlangen natürlich. Da seht ihr nochmal schön ihr Make-up. Ihre Haare liebe ich. Die Farbe ist ein Traum mit dem Gold drin und dem bläulichen. Sie hat einen kleinen Top auf der Seite. Also ihre Haare sind top. Ich weiß noch nicht, ob ich mir überhaupt ihre Schwester hole, denn, äh, naja, wie gesagt, ich finde Nefaira dann doch hübscher gemacht. Haben sie sehr viele Details reingebracht. Also ich mag sie. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann solltet ihr gucken, ob ihr eine davon kriegen sollt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, das kleine Review hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder.